Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich solche Schuhe hier weiten kann, wenn diese einfach zu eng sind und vielleicht sogar vorne oder hinten schon etwas drücken. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Dieser Trick funktioniert eigentlich bei jedem Schuh, egal ob es sich um einen Fußballschuh, um einen Lederschuh oder auch um irgendwelche Sneakers aus Stoff handelt. Und hierdurch wird das Ganze um circa eine halbe bis ganze Größe größer. Zuerst einmal brauche ich so einen großen Gefrierbeutel, welcher natürlich keine Löcher hat und diesen gehe ich jetzt mal in meinen Schuh hinein, dass er wirklich bis vorne hin zu die Zehenspitzen reicht. Wenn ich das habe und der Hals hier oben noch schön rausschaut, dann gebe ich einfach mal hier etwas Wasser hinein, bis der Schuh wirklich komplett voll ist. Wenn unser Schuh wie hier jetzt fast komplett mit Wasser gefüllt ist, nehme ich mal noch so einen Verschlussclips her, schaue, dass ich ihn wirklich komplett verschließe und achte auch darauf, dass so wenig Luft wie nur möglich in meinem Gefrierbeutel drinnen ist. Das sollte so jetzt auf jeden Fall passen. Anschließend stelle ich meinen Schuh jetzt für circa vier Stunden einmal in den Gefrierschrank rein. Das mache ich natürlich mit beiden Paar Schuhe. Und was jetzt passiert ist, dass das Wasser hier drin gefriert. Dadurch dehnt sich das Ganze um circa 10% aus. Der Schuh wird hier doch nicht beschädigt. Und nach vier Stunden kann ich das Ganze wieder aus dem Gefrierschrank rausnehmen. Das Wasser hier drin ist jetzt über Nacht gefroren. Jetzt müssen wir unseren Gefrierbeutel mal aus dem Schuh wieder rausbekommen. Wenn wir den Gefrierbeutel jetzt nicht sofort rausbekommen, da er sich natürlich jetzt auch ausgerehnt hat, dann entweder mal die Schnürsenkel aufmachen, was bei mir natürlich jetzt etwas schwer ist, oder ich lasse ihn einfach mal noch eine halbe Stunde ungefähr draußen stehen, bis das Eis wieder etwas geschmolzen ist. Dann sollte das auch leichter gehen. Nach einer guten halben Stunde ist es endlich soweit, dass ich diesen Eisblock hier aus meinem Schuh rausbekommen. Wir sehen auch schön die Form von dem Schuh. Und somit haben wir diesen jetzt auch schon um eine halbe, beziehungsweise sogar um eine ganze Nummer größer gemacht. Wenn ein Schuh jetzt nach diesem Trick immer noch etwas zu klein ist, dann gibt es auch noch so einen speziellen Schuhdehner hier. Dieser wird auch von den meisten Schuhs da verwendet. Und den kann ich jetzt einfach mal nämlich hier schön in meinen Schuh hineingeben und anschließend noch diesen dann weiten. Dieser besitzt jetzt nämlich noch zwei Stellschrauben. Zum einen mal die eine hier vorne. Wenn ich da jetzt nämlich drehe, dann wird mein Schuh in der Länge noch etwas länger gemacht. Und wenn ich hier hinten an meinem Eisen drehe, dann öffnet sich vorne dieser Schuhspanne und dadurch wird der Schuh vorne auch noch etwas breiter. Und somit haben wir unseren Schuh jetzt auch schon richtig geweitet. Wenn du dir für zu Hause jetzt so einen Profi-Schuhdehner oder auch gleich neue Schuhe zulegen möchtest, egal ob für Männer oder Frauen, weil deine Alten einfach schon den Geist aufgegeben haben, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenerstellungen zu einem relativ günstigen Preis und das Beste dabei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in Geschäft Hilfe fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersiedeln hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.